Ich finde vor allem der Austausch sehr interessant. Du hast immer wieder neue Leute von verschiedenen Regionen. Damals in GranMontana natürlich auch viele Westschweizer. Das habe ich sehr interessant gefunden. Vor allem sind Kamus, wo du halt sonst nicht so schnell in Kontakt kommst. Und die Golfplätze sind ja immer sehr schön und ich muss auch sagen, sehr gut gepflegt. GranMontana immer kurz vorher noch, kurz nachher ist das grosse Turnier. Auch da sehr schöner Platz in Kiburg, wo anscheinend nicht schon immer so gut war oder heute perfekt war wieder. Bei dem Turnier selber, wie es organisiert ist. Also funktioniert alles sehr gut. Mir passt auch immer sehr gut, dass es Zwischenverpflege gibt. Und eben wie gesagt, die Leute und Kontakte, die man immer wieder sieht, das sind zum Teil auch wieder gleiche Gesichter. Und es ist schön, wenn man die auch alle Jahre, wieder mal sehen kann. Wenn ich jetzt leider noch einmal komme, alle Jahre wieder machen kann.